Es ist so richtig los. Es ist neun. Neun, neun, neun. Es ist die Bucke. Neun. Es ist neun. Ach. Okay. Oh. Was machen die da? Mit den Übungen, damit sie sich nicht verletzen. Wie soll man sich denn wollen? Wie sollen denn... Sie wollen, wie war das? Ja. Ja. Ich bin ein bisschen krass. Ich bin ein bisschen krass. Ich bin ein bisschen krass, aber ich muss nur noch denken. Und ich muss doch mal... wholeheart, ich muss noch nicht ... Wie soll der hättest du gedacht? Hey, geh, lass mal. Hallo. Da hast du Helikopter landen platzen. Immer noch 7 oder wie still? Das war schon 6, wir haben sie verfasst. Es ist eine kleine Strecke. Vielen Dank.